hallo und herzlich willkommen hier zu einer runde minecraft auf bausucht.net da bin ich jetzt drauf ich habe hier auch den eine geringe einen rang moment mal kann ich hier nicht hab kann ich wahrscheinlich nicht wir gehen jetzt erstmal ich bin umgezogen ich war vorher auf gold 1.8 und jetzt bin ich auf nero umgezogen 1.8 und weil das die gleiche version ist hatte man dort dieselbe ec das ist jetzt auf wirts und dash habe ich eine andere ec und auch ein anderes inventar wie dort bei denen auch weil es eine andere version ist das heißt auf nero bin ich umgezogen und habe meine ganzen sachen von gold mitgenommen und dann dachte ich mir ein neuer ctb ziehe ich auf dash um allerdings konnte ich meine ganzen sachen dort nicht mitnehmen weil ja hier habe ich jetzt ein paar sachen schon mal seht ihr ach kein wunder so jetzt seht ihr hier mein name seht ihr in der von links die zweite reihe der vierte von unten king rang und zeit der dritt höchste rang ja und hier sieht ihr ein paar nano köpfe hier unten gott nach durch die tür war das auch noch mal nano nur kleiner so ich hoffe die wir tun hier echt so ja hier kann man mal reingucken und ich würde ja gerne mit slash ec können wir mal meine ec gucken ich würde ja gerne mitnehmen die ganze sachen hier nur da das eine andere version ist geht das leider nicht dann können wir hier mal reingucken hier was ich hier alles drin habe werde ich natürlich jetzt auch nicht irgendwie das werde ich behalten falls ich irgendwann mal wieder hier spielen möchte sind schon einige sachen die ich hier habe hier nochmal reingucken naja ja dann habe ich hier natürlich king und supreme ich wollte ein bisschen minecraft spielen weil ich ja gerade umgezogen bin und auch hier ein bisschen auf der sparen muss der neue city beat der noch in der beta ist ja vielleicht kann ich auch wenn ich wirklich auf der sachen habe vielleicht kann ich auch um ein bisschen geld zu kriegen ich habe nämlich nur fünf millionen millionen das ist ja nur weil wir nur meinen shop gucken sparen hat zehn millionen ja hier 25 millionen so ein wächter schön spinne sparen neck also fünf mille ist einiges aber nicht viel und vielleicht kann ich dann auf cd bildnero mein gs verkaufen damit ich ein bisschen geld kriege aber erstmal brauche ich hier was ich habe ich habe ich habe hier nämlich gestern unmenge an eisen gefunden ich glaube ich habe 20 minuten gefarmt und keine dias aber zwei stacks die schon wieder ein bisschen verbraucht habe eisen gefunden aber der grund warum ich eigentlich minecraft aufnehmen ist ich hatte bock ein bisschen minecraft zu spielen aber muss auch noch aufnehmen aber die zeit zeit ist geld halt nein aber ja da fällt mir ein aha da zeit halt geld ist und ich wenig zeit habe dachte ich mir verbindest du das slash sporen machst du halt spielst du halt minecraft baust hier ein bisschen weiter und nimmst das gleichzeitig auf der nachteil ist hier noch das ist alles in der beta die anderen city beats da haben eine farmwelt mit plot welt zusammen und das hier ist noch getrennt das heißt ich habe in der farmwelt 11 level und hier 27 level hier habe ich noch meine eisenrüstung das heißt ich muss quasi mit dem zaubertisch hier in die farmwelt um dann ein paar meine level zu benutzen achja slash ec kann ich erst hier benutzen slash ec allerdings ist die ec verbunden das heißt jetzt slash ec geht ja nicht so hier zur plotwelt zurück ähm die rüstung lasse ich auch in der ec weil die brauche ich eigentlich nur in der farmwelt und nicht in der plotwelt das heißt die ist schön ich habe die in der farmwelt aber ich lasse die dann so in der c dass ich immer darauf zugreifen kann slash ec seht ihr jetzt hier nochmal ich spiel zum ersten mal auf der 1.14 ich weiß nicht was es alles gibt aber ich dachte nice 1.14 hört sich geil an ziehst du um ich wollte nur nie umziehen hier kommt noch ein haus von mir hin ich wollte nur nie umziehen weil äh ich weiß wenn ich von 1.8 zu 1.8 ziehe kann ich ist die ec verbunden kann ich mit dem alles in der ec packen kann ich umziehen anderen server aber da das hier 1.14 ist oder wäre ich auf verge zu 1.12 gezogen muss ich halt komplett neu anfangen und das wollte ich nicht aber jetzt dachte ich mir scheiß drauf lager das hier ist mein lager ja ist noch alles im aufbau ich bin erst gestern um 20 uhr hier hin gezogen und habe das bis 1 geschafft also um 1 habe ich dann aufgehört dann habe ich hier soll irgendwo mein haus hin hier habe ich einen kleinen vorgarten dann hier ist ja auch mein sporn das ist glaube ich ein 4er oder 5er merch ich weiß es nicht hier möchte ich einen zaun mit tiere haben fällt mir ein dann kann ich hier gleich mal einen weg machen ich weiß nicht was ich hier an tiere rein haben möchte das kann ich aber erst machen wenn ich namensschilder habe damit die nicht abhauen hier das soll dann so ein großes gehege sein notfalls weite ich das nochmal nach vorne aus mit einigen tieren hier habe ich noch kein dach und bin auch noch nicht hier habe ich dann meine schmiede wo hier unten baue ich dann glaube ich ein loch wo der zaubertisch reinkommt brauche ein bisschen mehr platz hier habe ich dann werkbänke hier haben wir für ofen und zaubertisch und wie hießen das andere ich schmiede hier äh braustand untergrund zum lager habe ich extra untergrund weg gebaut also in dieser folge zeige ich euch das eigentlich nur so alles so wenn ihr euch fragt warum ich fliegen kann ich weiß ja nicht wer von euch bausucht kennt in den legendären kisten gibt es diese ganzen oder in den kisten die man im shop kaufen kann gibt es hier perks zu gewinnen da fehlt mir eigentlich nur noch das wichtigste inventar nach tot behalten aber ich habe kein feuerschaden also schneller abbauen doppelte xp nachtssicht kein fallschaden äh schneller laufen kein ertrinken xp nach tot behalten kein hunger und plot fliegen das heißt eigentlich kann ich gar nicht mehr sterben nicht ertrinken kein fallschaden nicht durch hunger irgendwie was verlieren lava kann mir nichts anhaben ich kann nur noch sterben wenn mich ein spieler tötet auf seinem plot also scammed oder mich ein mob tötet äh was eigentlich damals kein problem war weil ich da ein schwert mit plünderung 3 hatte äh und ja hier auf jeden fall noch schärfe 5 oder sowas was ich hier auch haben möchte und plünderung 3 auf äh spitzhacke aber hier muss ich halt aufpassen noch aber ich werde dieses perk auch irgendwann noch kriegen ist das letzte was mir fehlt ja und bevor ich jetzt weiter rede slash äh slash ec ok das packe ich rein das packe ich rein das packe ich rein ins lager ich habe es natürlich sehr schlau gemacht wenn ich zum beispiel diamanten äh hier eisen hier drin habe und das schmelzen möchte muss ich es erst rausholen und zur schmiede aber gut ah so äh dann nehme ich hier nochmal was 1 2 3 1 2 3 ja gut dann machen wir das so Essen brauche ich nicht es wäre schön wenn ich hier noch irgendwie Erde zum klettern hätte habe ich aber nicht viel ich nehme jetzt dies an Erde mit dies habe ich auch an Erde ah nehme ich hier an Stied mit Kies lasse ich hier und das damit ich wenigstens slash ec schon mal was zum klettern habe jetzt mache ich slash spawn wird wenn dieser city beat nicht mehr in der beta ist auch noch geändert denke ich mal das Inventar verbunden ist dass man mit slash warb nether oder warb farmwelt dass man da rein kommt aber hier einfach damit man sieht dass das beta ist soll man auf dem npc drücken hier ist mein inventar wieder leer das muss ich hier ab der linie funktioniert Slash ec mache ich den hier hole mir das raus was ich brauche Essen brauche ich nicht weil ich keinen hunger habe also keinen hunger haben kann sein ich deaktiviere es also wenn ich wirklich zur wahl war haben will deaktiviere ich es ähm ja und licht brauche ich nicht weil ich nachts ich habe aber ich weiß nicht warum ich es ist zwar nicht sehr zwei weil ich hier so aber ich weiß nicht warum ich jetzt deaktivieren sollte ich meinte ich habe es gewonnen also behalte ich das auch aber das ist halt nur plot fliegen hier kann ich leider nicht fliegen das wäre doch schön also so ein bisschen survivor ist hier schon drin so nochmal deine mutter heißt der eine hier oder die eine jetzt habe ich genug gelabert jetzt werden die nächsten es wird ein paar parts wird das hier gehen bis ich äh wieder lust habe auf was anderes gerade aber aber oder zeit habe er gesagt aber ein paar parts werden wir hier verbringen das heißt das ist auch der einzige part wo ich wirklich was erkläre die anderen parts wird dann mehr mit in der farbenwelt oder vielleicht in der welt sein wo ein wolf das ist noch ein wolf das ist noch ein wolf oh ich würde dich gern mit aber ich habe keinen knochen schade ich dachte vielleicht droppst du mir jetzt ein all das war ein leises hoffen auf diesem server weil ich weiß nicht wie das ist ich habe dir ja keinen knochen gehabt aber hätte ich den äh hätte der sich mit mir zur farbenwelt teleportiert und ich hätte ihn da hinsetzen können ich glaube nicht ich hätte dafür schon ein wolf ei gebraucht achja äh ich benutze jetzt das zweite intro weil ich gelesen habe danke für die kommentare aber ich habe gelesen dass euch das zweite mehr gefällt also werde ich das auch nutzen ich weiß hier gibt es schildkröten finde ich die haben wasser und delphine ich weiß nicht viel aber ich würde gerne einiges töten nicht wenn ich eier davon habe dann werde ich die entweder wenn ich geld für einen spawner habe weil ich so schlau war meinen letzten abgebaut habe wenn ich geld für einen spawner habe setze ich mir das wichtigste ei was ich habe im spawner und ein paar wenn ich name tags habe namensschilder damit die nicht die spawnen werde ich andere tiere im gehege sperren wenn ich eier habe also habe ich ja aber ich brauche noch name tags ich weiß ich rede mal wieder zu viel na man wahrscheinlich hat kein schwert xd ich gebe dir gleich xd keep inventory ja hättest du in der ec packen müssen so wie ich mal gucken wollen wir uns hier unterbauen perfekt dann fangen wir mal an mit den farmen wir fangen an zu farmen wir fangen an zu farmen wir fangen an zu farmen ich hätte gerne diamanten bitte mit diamanten also nehme ich auch gerne aber ich hätte gern diamanten ach ja und die steine brauche ich halt auch daraus ich pack die in den ofen kriegt dadurch erstens xp hier ist ja viel los und zweitens also wenn ich die verbrenne ich benutze keinen bruchstein sondern normale stein für meine häuser und da kriege ich xp wenn ich die verbrenne und das macht halt mehr sinn sieht auch schon aus als so bruchstein also hier das übrigens dass der nicht abgebaut wird dass die schätzungsweise an der beta ich will aber ich will aber wir sind in der höhle so das seht ihr jetzt dass ich nicht verbrennen kann irritiert nur quasi so als hätte ich im feuerresistenztrank geschluckt dabei war ich hier noch gar nicht in der nether hier würde jetzt auch würde gerne mal hier in der nether sein aber erstmal brauche ich generell starter equipment und das heißt diamanten weil ich die kohle habe habe ich gestern schon gefragt wer hat bäume und diamanten und sowas oder aber niemand hat geantwortet wahrscheinlich verkauft das hier niemand vielleicht werde ich musik im hintergrund packen und vielleicht auch nicht das weiß ich auch noch nicht so genau so Arsch wie schön ich habe trotzdem keine diamanten wir können ja mal gucken auf ab 9 waren glaube ich diamanten oder ab 11 ich weiß es nicht genau aber wir sind hier gerade auf 11 das heißt rein theoretisch kann ich hier noch gar keine diamanten finden wenn ich richtig liege kann ich hier so hier könnte ich dann diamanten finden eigentlich schwachsinn war das 9 oder war das 11 ich weiß es nicht ich weiß nur dass es ganz unten war und ich weiß auch dass ich gestern zwei stacks den ganz hier gefarmt habe ich hätte gerne mal eine plünderung 3 wieder blödes ding ja gestern zwei sechs eisen und nicht mal einen diamanten gefunden so viel pech kann man doch gar nicht haben vor allem ich finde alles aber keine diamanten vor allem ich finde alles aber keine diamanten sogar schon dreimal obsidian gefunden aber warum sollte mir diamanten geben macht doch überhaupt keinen sinn mal gucken mal gucken nur drei diamanten und das würde mir erst mal reichen ich wenigstens mein zaubertisch nicht ein paar diamanten schon mehr also ich würde sagen drei diamanten damit ich obsidian sammeln kann und dann zwei diamanten noch also fünf diamanten damit ich mir den zaubertisch grafen kann aber dann fehlt mir auch wieder die leder um die bücher dafür zu grafen man es ist echt anstrengend wenn man umzieht ihr habt ja gesehen was ich seit gold schon gesammelt habe und das habe ich einfach alles mit in den umzug genommen weil die ec war verbunden ich konnte einfach alles in die c packen und vier fünfmal bin ich dann gegangen und hab dort alles einsortiert aber hier muss ich komplett neu anfangen aber ich finde ich bin schon ganz schön weit dafür dass ich gestern angefangen habe gestern abend für drei stunden die ich da gespielt habe oder vier vielleicht auch fünf aber nicht länger hier schon wieder eisen und dann aber auch gleich keinen diamanten aber hier 20 eisen beim einmal eisen finden 10 weil 20 war ein bisschen übertrieben aber nur ein bisschen aber wenn man immer 10 eisen auf dem mal findet dann ist das nicht schwierig hier fünf stecks zu sammeln vielleicht hat deswegen jemand diamanten verkauft weil die so selten sind ich weiß es ja nicht vielleicht ist das hier mit absicht so dass die diamanten so selten sind ich habe echt keinen plan nur ohne ein diamantschwert gehe ich ungern in die nether äh schon wieder da eisen so und guck mal wie viel eisen da ist immer noch ein eisen sieben stück diesmal und nix vergessen ok also ich glaube die haben die spawnrate für die diamanten auf null gesetzt da fällt mir ein ich sollte den part auch mal beenden ab ins loch gute nacht und ich hoffe es hat euch gefallen mal was anderes habe ja ewigkeiten kein minecraft aufgenommen ach ja und guckt in meiner video beschreibung zum partnerschaft discord joint da ruhig mal drauf ist in der video beschreibung ich bedanke mich für zuschauen wir sehen uns im nächsten part vielleicht finden wir dann ja mal ein paar diamanten dann meine letzten worte sind haut rein bis zum nächsten part und passt auf euch auf tschüss herzlich willkommen zurück hier immer noch keine diamanten in sicht und ich würde gerne diamanten finden oh gott nachher bevor ich schon wieder vergesse das zweite intro könnt ihr wieder sehen das packe ich wieder rein ich glaube ich mache das jetzt in jedem video da seht ihr entweder am anfang oder ich sage kurz was und dann seht ihr das intro aber das zweite was ihr in den einen video gesehen habt intro nummer zwei und guckt in der video beschreibung wegen den partner tf joint da mal drauf äh partner ds genau äh tf ähm partner discord natürlich und joint auch ruhig mal auf meine tf oder discord server ips und links sind in der video beschreibung mich würde ja freuen wenn die ecs verbunden sind man die sachen mit rüber nehmen kann nur die sachen die es in der version nicht gibt halt nicht erscheinen ja hier ich habe nur noch zwei spitze und dann muss ich eh erstmal wieder abdampfen was soll ich mit so viel redstone das war schön und gut aber ich würde auch gerne diamanten haben noch ein paar bitte kann doch nicht so schwer sein ein bisschen aber vielleicht jetzt sagen wir auf 9 ich glaube ab hier war das ich will doch nur diamanten die glänzen so schön ich kann damit viel anfangen wobei diamanten muss es ja eigentlich geben es sind wahrscheinlich nur selten weil der eine hat letztens geschrieben ich hab schon wieder 135 level ich muss schon wieder mal mit dem zaubertisch in die farmwelt weil die level halt nicht übernommen werden zurzeit und den zaubertisch dafür braucht man zwei diamanten und obsidian das heißt eigentlich braucht man dafür fünf diamanten weil um das obsidian zu farm braucht man drei diamanten für die spitzhacke kann doch nicht so schwer sein auf so Aber ne, nix Keine Diamanten, kein gar nix Ich würde es hier mal wieder hochbuddeln Oder hier Gucken, ob wir nochmal eine andere Ecke finden Kann doch nicht sein Das war Keine Diamanten finden Es kann doch nicht so schwer sein Das sag ich zu dir Die Diamanten verschwinden hier Und kommen nicht zu mir Ich bin schon am verzweifeln Ja Am verzweifeln ist er Oh Gott Komm, bitte Ne, also echt Kann doch nicht sein Wartet mal kurz Boah Also die tun wirklich so Sand könnte ich auch gebrauchen Wenn ich so drüber nachdenke Aber ich habe meine Schaufel gar nicht mit Das ist jetzt auch egal Bringt mir das was ich weiß das gar nicht Ich würde auch gerne ein paar Tiere sehen Hier so gibt es ja Delfine, Schildkröten Weiß ich weiß ich Füchse weiß ich Koalabeeren Allerdings, also gut Delfine und Schildkröten Kann ich mir am Wasser Im Wasser vorstellen Natürlich auch Schildkröten Können natürlich auch Am Land sein Aber es sollte Wasser Dann eh sein Koalabeeren könnte ich mir Keine Ahnung wo vorstehen Und Füchse Aber weiß ich ehrlich gesagt Auch nicht Ich meine Gibt es Papageien Noch Plagegeist Nervöser Skelett Finde ich cool Ich würde da auch gerne mitfahren Aber nur erst wenn ich wieder Plünderung 3 auf mein Schwert habe Ach rechts seht ihr übrigens Habe ich Ich wollte ja nicht mehr viel erklären Wir sind im zweiten Part Aber da seht ihr oben Wie viele Citybildspieler Einmal dann noch Bausucht.net Dann seht ihr da meine Online-Time Meine Münzen Und meine Freunde Und den Shop Und wenn ich jetzt Slash Online-Time Eingebe Und dann Deine Mutter Passiert nichts Weil er seine Online-Time Auf Privat hat Und wenn ich jetzt Money So Oh gut Er hat seine Coins auch auf Privat Online-Time Ja Aber es würde gehen Und wenn man Wahnsinnig Und Slash Tog Tog Toggle Coins Du hast deine Coins auf Privat gestellt Slash Toggle Coins Wie ist das eigentlich egal Was geht mir hier mit Slash Toggle Wetter Was anderes hier River Also ich habe keine Rechte Er geht glaube ich Erst ab Supreme Oder Deluxe Vielleicht schon Oh ja Entschuldigung Ey Dankeschön Ich habe zwar Kein Hunger mehr Aber vielleicht kann ich Damit trotzdem noch Was schönes anfangen Ich laufe da jetzt Über den Berg Kein Nerv mehr Einfach keine Diamanten zu finden Ihr wisst nicht Wie grausam das ist Einfach nur weil ich es gerade kann Einfach nur weil ich es gerade kann Genauso wie das Einfach nur weil ich es gerade kann Muss ja auch ein bisschen Erfahrung bei rausspringen Und wenn ich dann Meinen Zaubertisch habe Habe ich mit Sicherheit Weil die Diamanten So hier so selten sind Habe ich mit Sicherheit 200 Level Wenn ich den nochmal bauen kann Und das heißt Ich kann dann auch Schöne Sachen Schöne Bücher Vielleicht habe ich dann auch mal Ein paar Bücher Ein Lama Entschuldigung Ich Was Das spuckt ja Ich würde ja Ich habe keinen Satte Ich würde dich gern behalten Das hat mir Leder gegeben Gott sei Dank Also wenn ich dann Zaubertisch habe Und genug Level habe Brauche ich Bücher Brauche ich viel Leder Vielleicht hat bis dahin Jemand auch Leder zu verkaufen Also ich bin auch keiner Einer der Tiere tötet Aber hier kann ich das halt gebrauchen Normalerweise würde ich die Mit zu mir nach Hause nehmen Aber geht glaube ich nicht Die mit in die Plotwelt zu nehmen Dann brauche ich dafür die Ecks Die Eier Aber ich finde es richtig gut Der Spuckt Tatsächlich Hier die Schneebio Hier hätte ich nicht Ich hätte mir eine Schaufel mitbringen können Hätte ich mir einen Schneemann machen können Nee Keine Schaufel Keine Schaufel Und keine Chance Juhu Ich finde es echt cool Ich weiß nicht Ich wäre gerne mal in der Nähe vom Ozean Dort sind es dann bestimmt Schildkrönen In der Nähe da vielleicht Am Strand oder so Und Delfine Was gibt es eigentlich noch So Skelettpferde Pferde Und so Pferde Gibt einiges Schönes Upsala Wollte ich jetzt nicht Was habe ich hier Hier war ich noch nicht Hier habe ich Bäume Holz habe ich genug Habe auch keine Axt Tut mir leid Ey Nicht droppen Böse Wie schön ist das Kein Essen durch Rennen zu verlieren So Es wird Nacht Ich verkrieche mich Ob ich unten auf ein paar Zombies treffe Oder hier oben Ist mir dann doch relativ egal Weil hier oben nachts mehr los sein wird Wobei ich Befürchtung habe Meine Spitzhacken gehen kaputt Bevor Ich da irgendwas mit Diamanten habe Oh Gott Mal gucken Noch ein bisschen So Aber tropfen noch keine Diamanten Und ich schätze Das wird auch nichts mehr Perfekt Perfekt So Mal gucken So hier kann ich mehr sehen Aber wie sie sehen Sehen sie nix Also keine Diamanten Der oft so brennender stört Wenn die Spitzhacken dann kaputt ist Setze ich mir mal hier ein Hoh Wird aber im nächsten Part sein Dann werde ich hier Dingens Dingens bumsen Hier komm schon Sag schon Ach ja damit ich hier dann Wenn ich weiter farme Dass ich hier dann Halt Wieder hinkomme Mit Slashow So Fehler war aber keine Diamanten Äh Hunger XD Keine Diamanten XD Aber dafür ne Sau Die mich angespuckt hat Zwar keine Sau Ein Lama Aber das war halt wirklich ne dreckige Pottsau Spuckt das hier mich auf einmal an Ich wollte es nur streicheln Was für ne perverse Sau Also ich bitte euch Ich kenne niemanden Niemanden Zumindest nicht in meinem Umkreis Der mich anspucken würde Oder die mich anspucken würde Nur weil ich sie streiche Also wirklich War das Lama War das Lama War das Lama da schon ne Sau Und schon wieder mal Eisen Naja Mich stört's nicht Eisen kann man auch gebrauchen Und mir geht's jetzt auch gar nicht Um die Waffen Und so Dass ich Keine Diamanten Finde Mir geht's eigentlich eher darum Kann ich kein Obsidianer bauen Kann ich Kein Zaubertisch bauen Äh bra Ja doch bauen Und dann brauche ich auch noch 5 Diamanten Weil Für den Zaubertisch Brauche ich halt Obsidian Das muss ich mit Diamanten abbauen Dann brauche ich 2 Diamanten Fürs Zaubertisch bauen Craften Wie man das hier so schon nennt Schön Hier auch noch ein bisschen Hier bin ich glaube ich schon zu hoch Da seh ich Rasen Da geht's doch bestimmt an die Oberfläche So bestimmt Hier geht's noch gar nicht Bitte 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 Perfekt Na perfekt Aber hier habe ich doch was gefunden Was schon eher nach Mein Geschmack ist Wenn ich hier Nicht fündig werde Weiß ich auch nicht Gott Einen habe ich verloren Aber ich denke so ein Einer Verlust Geht schon klar Wenn ich an Obsidianen was verliere Dann ist das sowieso egal Und ich ziehe schon wieder in die Überlänge Das gibt's doch nicht So perfekt So Hier setze ich mich jetzt erstmal rein So Dann setze ich schon mal Slash Z Home Slash EC Ich Brauche eine kleine Pause Ne Ja doch Hier ist Slash EC 35 schon wieder 35 schon wieder So 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 dass ich kurz 5 Minuten vom PC hier stehen bleiben kann Weil ich verliere ja nichts Ich verliere keine XP Ich kriege Schaden durchschlagen Aber ich verliere halt keine XP Nur mein Inventar Deswegen habe ich es jetzt gerade weggetan Hätte ich jetzt noch hier Slash Perks Hätte ich jetzt hier noch Inventar nach Tod behalten Dann wäre mir das egal Aber So ist das eigentlich schon Was ist denn das Plot fliegen Vor allem ist hier nicht die Feder Ach für die Farben wird deaktiviert Naja ich beende dann hier den Part Vielen Dank fürs Zuschauen Mal gucken ob wir im nächsten Part mit wenig Spitzhacke noch was reißen können Ich glaube wir finden keine Diamanten Hier habe ich mein Home gesetzt Jetzt vielleicht einen Namen eingeben Slash Home Slash Home Ne Ich weiß nicht ob das dies hier Slash Set Home Unten Ball Ne Lava Dankeschön Dann Vielen Dank fürs Zuschauen Wenn euch das Video gefallen hat Dann abonniert doch den Kanal Und ja Wenn ihr öfters Minecraft sehen wollt Jetzt nicht so Survivor Sondern Entweder City Build Dann farme ich ja Bau mein Haus Oder Einfach mal Bedwurst Dann schreibt es mir unbedingt in die Kommentare Das war es von mir Ich hoffe Euch hat es gefallen Ja wie immer Ciao Tschüss Tschüss